Janett Kocht Mit Produkten aus der Region für die Region Herzlich Willkommen beim Sommerspezial von Janett Kocht Ich habe Sie aufgefordert, Ihr Lieblingsrezept einzuschicken Heute bin ich im Kanton Zug und zwar in Rotkreuz Hier hat das Rezept von Frau Ketty Elmiger gewonnen Zu Ihrem Gang jetzt gerade nach Hause Frau Elmiger, Sie haben diesen wunderbaren Aperodzopf hier gebacken Wann haben Sie das erste Mal gemacht und wie ist er angekommen? Ich habe das erste Mal im letzten November für den Lehrersamme Klaus in dem Schulhaus und also wunderbar angekommen Wir waren draussen und haben noch Glühwein getrunken und alle haben ihn geliebt Danke vielmals Frau Elmiger für das Rezept Das lustet mich jetzt sehr, das kann ich jetzt gerade nach Hause backen Für den Aperodzopf nehme ich 375g Zopfmehl und mische das mit einem Päckchen Trockenhefen In der Mitte mache ich einen Molde und gebe einen Kaffeelöffel Zucker drin und an dem Rand gebe ich 1 1⁄4 Kaffeelöffel Salz In der Mitte kommen jetzt 45g Anken plus zweieinhalb Dezile Milch dazu Jetzt knette ich das mit der Küchenmaschine etwa 5-10 Minuten zu einem geschmeidigen Teig Wenn der Teig schön geschmeidig ist, lasse ich den Teig in der Wärme um das Doppelte aufgehen Jetzt walle ich den Teig dünn aus und halbiere Auf dem Teig verstreiche ich ein halbes Kübelchen vom Crème fraîche Dann 50g Bärgröseli Käse drüber einraffeln und mit Muskatnuss bestreuen Ein Päckchen vom Heublumenrohschinken drauf lecken Und 40g Bistazie drüber verteilen Jetzt den Teig einrollen und nebeneinander auch noch lecken Einen Strang über den anderen drinnen tun und aufpassen, dass die Not immer oben bleibt Sonst läuft der Käse aus Den Zopf habe ich mit dem Backpapier aufs Blech gelegt und streiche es mit einem Eigell bestreiche Jetzt gebe ich diesen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze etwa 40 Minuten im vorgeheizten Backofen Und so sieht der feine Aperotzopf aufgeschnitten aus Das war das Rezept aus dem Kanton Zoo In einer Woche zeige ich Ihnen das Seigerrezept aus dem Kanton Luzern Danke fürs Zuschauen Wir sehen uns wieder bis in einer Woche Janet kocht Mit Produkten aus der Region für die Region Mit Total Bedeutsch 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 Vielen Dank.